Hallo liebe Fußballfreunde, Thema R60 Kaiserslautern. Dritte Liga, 2021-2022, elefter Spieltag. TSV HWC gegen R60 Kaiserslautern. Ergebnis 0 zu 6. Startelf. TSV HWC. Riedel, Akubuk, Alperk, Hülster, Tasbiki, Dreschenberg, Dalib, Fröres, Dükleer, Jakobshäcki, Langeimer. Startelf von RGFC Kaiserslautern. Rab, Tomiak, Kraus, Winkler, Ritter, Hecher, Götzee, Klingenburg, Wunderlich, Zug, Hanslik. Das war's von TSV HWC gegen R60 Kaiserslautern. 9 Uhr alle 30. 19 Uhr alle 30. Binnen. Entumesforth Demonendreherum.